Vorhang auf für die Tennis-Stars von morgen. Vor acht Monaten konnten die vier Tennis-Verrückten Maja, Viktoria, Andra und Finn das Tennis-Stipendium der Harry und Karin Gerlach Stiftung gewinnen. Betreut von der Tennis Academy Clubcourt werden sie individuell und professionell ein Jahr lang von Top-Trainern beim Tennis-Club SCC und den Kängurus vom Nikolaussee gefördert. Die Stipendium ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache für die Kinder gewesen. Durch das Stipendium können die halt viel intensiver und öfter trainieren. Die Kinder freuen sich sehr, die kommen immer mit einem Lächeln zum Training, heute auch zu der Schlägerübergabe und das ist eine riesige Unterstützung. Und das ist es in der Tat, denn die sportlich rasante Entwicklung der jungen Talente in den vergangenen Monaten ist beachtlich. Es ist halt schon was Tolles, wenn du schon Erfolg hattest sozusagen mit dem Stipendium und ich nehme ja auch an Verbandspielen teil vom Club und also das ist schon so. Also Tennis ist wirklich so ein bisschen meine Leidenschaft. Und so sollte es auch sein, denn die jungen Talente trainieren im Rahmen des Stipendiums hart, um später einmal in die Fußstapfen der ganz großen Namen wie Graf, Becker oder Kerber zu treten. Also es hat mich weitergebracht, da ich jetzt noch mehr Spaß am Tennis bekomme und ich habe, davor hatte ich eine Leistungsklasse, also LK von 21 und jetzt habe ich die Leistungsklasse von 15 und das ist einfach ein riesiger Schritt und ich verbessere mich jetzt auch immer mehr. Fynn und insbesondere die neunjährige Andra zählen schon jetzt zu den leistungsstärksten Kindern ihrer Altersklasse in Berlin. Aber auch Maja und Viktoria zeigen sich durch eine tolle Performance von ihrer besten Seite. Wir brauchen, dass sie einfach Spaß haben auf dem Platz und wenn dabei noch ein Profi-Laufbahn raufkommt, sind wir umso glücklicher. Bekanntlich ist der Weg zum Profi-Dasein ein Steiniger, doch mit der Harry und Karin Gerlach Stiftung und verschiedenen Sponsoren haben unsere Talente starke Partner an ihrer Seite, die ihnen auch in Zukunft alle Türen öffnen.